Yo, yo, yo meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen heute mit der geilen Map-Blog wieder mit dabei, und meine bescheidene geile Fickfotzene, oh, das war, naja, egal, Wenigkeit, Lucifer LP, jawoll, und mit dieser geilen Ansatz geht's ab ins Wochenende, meine Freunde, yes, es ist Tagsagaben, wuh, und es ist alles elektrisiert, 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 ELEK, ELEK, okay, sorry, warte ich, warte ich versuch's auch mal, ELEK, ne, grüße an Basti, bei mir haut sich das ein bisschen krank an, an dieser Stelle, LOL, ich bin geil drauf heute, ich bin sehr geil drauf, Fuck mich mal, du Hurensohn! Das sind noch zwei Bates, komm 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 komm, ihr WUSCH! Was? Was? Naja, egal, ich hab zwei Kills abgestaubt, ne, sogar drei, hahaha Oh, ich bin so verrückt und crazy drauf, weil ich so heiß habe gerade, ne? Ja, und, oh, du hast Wow, nice, Alter Das ist ein Zawa, aber Ganz schön In die Hölle Manövriert Wenn ich das so sagen darf Blind, Alter Ah, nein, da ist Kommt noch einer, der ist, du, was den schaffst du Der ist irgendwie bei mir, jetzt ist er sichtbar Lol Weiß die nicht Ist doch scheiße jetzt, ey Wieso sind die bei mir immer inwie, Mann Diese Fotze Ja, du deine Fotze, ich freischeidest du Und so schon seit Wochen Das Niveau, seht man wieder Scheißdreck hier, ey Shelton Sound übrigens leiser, ne Ich werde dir politisch Korrektes Ohrenschaden haben Ich bin so ein Wichser, Alter Ich bin kein Wichser, ich bin ein Homo first Mit dir natürlich nur Ja, es ist ja kein Geheimnis mehr Wir ficken uns gegenseitig in den Arsch rein Scheiße Was lauter so für Scheiße, Alter Geil, Alter Man könnte meinen, ich hätte Intus Intus Gott, ey Wir sollten die Folge Freaky Ship benennen oder so Oder Lautstärkenregelung Volumen 5 Äh Oder Warte Oder die Intus Player Die Intus Player Mit den Barok-Tabletten nebenan Die ihr natürlich kaufen können Für 15,44 Euro Eine halbe Tablette Ja, und in zwei, drei Monaten Bieten wir die sogar in Steam an Für einen Sonderpreis Dann könnt ihr mal nachgucken Barok-Tabletten Steam, Lucifer Hammer Da werdet ihr nicht nur ein Luzifizierter Werdet ihr sogar Hammer in diesem Spiel Guckt ihr da dran Alter, die ja total kratz hier Wie lebt die noch? Wie kann die noch leben, die Fetze? So Was? Boah Das habe ich gesehen, Alter Der verreckt Und du stehst einfach da Und fällst auch tot um Mein Gott, ich habe 7 zu 3 7 zu 3, Alter Ich bin der erste Boah, lol Alter, so gut waren wir noch nie Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen Oh, das kann ich hier wieder An der scheiß Ecke festdrehen Da sollen sie ruhig vorkommen Da ficke ich alle die Rübe weg Soll mir doch einer sagen Warok ist scheiße, Mann Hätten wir doch mal decken können, Alter Hätten wir doch von hinten decken können, Junge Ich mach's auf bei jeder scheiß Schlampe Dass du so von hinten deckst Was? Was kann denn mal sein? Hab ich einen Fluch auf mir sitzt, du Wichser Ich hab den Wichser-Fluch Alter Die Nachbarn können von mir erst gerade denken, was die wollen Das Fenster ist offen Ihr seid herzlich willkommen, zu mir in die Bude zu kommen, ja? Falls ihr da gerade draußen noch am kredieren seid Nein! 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 Schon ein paar Huren schön, Alter Alter, wie geht das? Das hab ich bei dir früher auch nie kapiert Und damals bei den Zeiten, ja Du schmeißt ne Nate Du killst rein, du verreckst, du killst grad nochmal ein So'n unheimlicher Mensch Was das angeht Ja, früher war's auch noch besser, ey Ich hab hier schon Eimer stehen, weil ich schon tropfe Es ist zu heiß hier drin, ja? Die Eimer sind schon gefüllt, ey Ich bin nicht mehr vertreten, weil ich hier schwitze Komm, ey Alter, der war doch tot Der war eigentlich tot Ich hätte eigentlich ne Kill bekommen, aber nein Muss ich mir wieder neun holen Was, neun Kill oder was? Kill Kenny oder was? Der Kill und Kenny, du hast Kenny getötet, du verdammtes Miststück Bis gleich, ich schneide mir kurz Und damit beenden wir das Haut rein In der Map Carly jetzt Was ist denn da los, Mann? Was ist denn da los? Ach, nee Oh, nee, hör mehr auf mit dir Da rastet sich noch mehr aus Und schlecht gelaunt dazu Und es ist einfach so warm Es ist einfach so warm Jeder kann's doch nix zocken Wie das denn jetzt, ob es so fahr ist? Alter, ich habe jetzt mal bewusst Den Lüfter von meinem Laptop mal ausgemacht Der ging voll heiß, ey Der ging voll heiß Pass auf, dass du ne Festplatte nicht wegschmilzt Ach, ich hab's denn heilen Kai, du kannst mich mal mit meinem Mädchen hier Ich kann dir gerne mal ne Spritze in den allerwertesten Popo geben Wie Po jetzt sagen, wird aus Teletubbies Danke Die wurde ja auch öfters missbraucht Daumen ist die auch rot Nennt sich Po Weil die öfters ja alt missbraucht wurde Und das vom Staubsauger Ohohohoho, ja, aber das ist dann nicht mehr politisch korrekt, würde ich mal sagen Was? Oh, das ist so gemein Das ist so gemein Weißt du, was er getan hat? Ja Ja, kannst du dir denken, ne? Ich kann denken, ja Denken, denken Was ist denken? Denken, denken, stinken Give me more Baby, you help me Wenn die wüssten, dass ich einfach immer so drauf bin, naja Egal Was? Wo? Wo? Den wollte ich einfach doch nicht Wieso bin ich jetzt tot eigentlich? Weißt du was? Ich hab keinen Bock mehr auf Medic Schlampe Ich nehm Assault und mach jetzt ein Rambo Aber Medic ist gut, Alter Da kannst du mir mal geile Spritze in den Arsch reinschieben Dir? Dir? Nee, nicht nur dir Ich mach alle in den Hof, jetzt Indem ich die Politikenis Korrektnis Einfach die Nails Direktnis Erektus Ich bin erregt Nee Ich bin von Varok erregt öfter Das ist ja auch kein Geheimnis mehr Hm? Ich brauche keine Hilfe, Jungs Und Mädels da draußen Ich brauche keine Hilfe Der Dark Slave hat ne Kilitz-Mantea geschossen Und Hammer High am Campen Wie immer Viel Spaß Das ist natürlich professionelles Vorgehen Geil Junge Geil Junge Hammer geil gemacht Mach deinen Namen alle Ehre Und wenn er so ruhig ist, meine Lieben Und wenn er in der Konzentration gestört wird oder stirbt, da rastet er komplett aus Ich kenne ihn doch Wisst ihr? Wollen wir jetzt, wenn einer von hinten kommen würde Da würde er jetzt glaube Sein Laptop aus dem Fenster schmeißen Oder Jemanden ermorden einfach Loll Ja, Hammer geil, Alter Mach weiter so Ich bin schon wieder tot Tod ist mit Ohr geschrieben und du weißt es genau Hä? Was lauerst du, Alter? Was? Wo? Was? Kann doch nicht sein! Wo war der? Als du gegangen bist, dann ist der gekommen, also ne? Stopp! Bäh Was, als ich gegangen bin Ist der gekommen, also als ich quasi abgegangen bin, ist der gekommen Ey, du bist doch so widerlich einfach Ich trinke mal einen Schluck Was war denn das, Alter? Das war nicht trinkend, das war schütten Ne, ne, ne Ich gieße mir gleich das Wasser über mich selber, ey So warm hier drin Was war das denn für ein Noob, Alter? Hätte die voll bashen können Über Rolltreppe, komm Ja, ach so, du musst aufpassen Da kommt eine Medikschlampe Dann geh ich mal hinter das Glas Oder wie jetzt, ähm Andere im Krankenhausbesuch sagen würden Ich geh mal kurz unters Messer Das hat zwar keinen Zusammenhang und keinen Sinn, aber Das muss es am Wochenende auch gar nicht, ja Wie so viel es keinen Sinn hat Meiner Ganz klar Jetzt würde ich gern Medik sein, ganz ehrlich Aber ich guck mal von hinten, Jungs Geht hier ruhig mal ins Büro rein Da kann ich immer meine Sachen nachladen Und meine schöne 2 zu 4 KD betrachten Oh, geil Jungs Ey, die Waffe ist so geil Ob man die auch kaufen kann, so? Hä Ne, ne Oh, nein, du Hurensuch, ich hast im Raum Oder war der Indy? Keine Ahnung Na gut, bei mir kann der noch Indy sein Ne, kann ich Indy sein, der hat einen Ping, Mann Hey Oh, mein Gott, ich mach grad so gut Dann noch mit dem Level Ebay-Account, ey, komm Wichser, ey Ich hasse so Kinder, ich hasse diese Scheiß Verkick, kack, scheiß gehören, ey Normal, mit ihnen 8 Jahren war aufzuzogen und dann zu hacken, ey Das kann ich nicht ab, ey Diese Wur... Normus! Oh, nein, Mann! Nimm spawn rechts gleich Alter Alter, wer hackt, ey Der hat einen kleinen, verwixten kleinen Schwanz Ja Wahrscheinlich geht Geht den dauerhaft ein Ab mit ihr, dann Scheiß Hackskill, Mann Scheiße Ich hab ein Gekillt mit OPK Hack OMG Linksum Ich hab jetzt einen 2 cm Schwanz dazu bekommen Und ein Haar am Sack, nun Ich bin so geil Boah, diese Kinder können sie alle töten, diese Kinder, ich kenn sie töten Wo ist er, mein Scher... Töten, 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 töten Töten, töten Töte sie Töte sie Töte sie beide Ja Ich brauch keine Hilfe im Support Ja, weil ein Ritual von Luzi von mir war, wenn er bei mir war Hä? Ja Ja, okay Dann hat er immer zusammen Ja, der Ringe, die Extended Edition hier glötzt Oh ja, das war mal geil, Junge Das Zimmer anstatt irgendwie rauszugehen, sind wir die ganze Zeit in der Bude gehockt, haben 9 Stunden her der Ringe reingezogen, einfach Ja, und dann noch gezockt und dann ein Party gemacht Oh ja, das war der Bestes, was einfach geistgeiler gab es gar nicht haben im Leben Ja komm, ey, halt, die beste Party war doch das mit der Limousine Boah Das war nicht mehr feierlich einfach Ich hab mich einen Tag gefühlt wie so ein Wichser, als so ein richtig reicher Millionär, ey Ja, weil, wir haben nämlich, oder, ja, oder mir ist das spontan bei 3 eingefallen Ähm, da komm, dann bestellst du mal eine Limousine, ähm, wie das mal so ein VIP-Bereich in einer geilen Edel-Disco Naja Was war das denn, Alter, woher wusste der das? Geil, wir können diese Runde noch, äh, äh, dieses Spiel allgemein noch toppen Aber auf jeden Fall das mit der Limousine, Alter, das, 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 das geht nicht mehr Komm, lass mal links lang gehen, ey Das kam mir, das kommt mir so vor wie gestern, ey, ohne Witz Ja, es war ja erst im April Wo bist du denn links, sagt er? Was, du Nutte? Schreib mich nie wieder an Die sind... Oh, fuck, 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 fuck Ja, geil, 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 uge Ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-geile Da ist Schlotterbox Dock' du원�lä coin Wir müssen dieses Spiel noch reißen Ihr glaubt doch an uns Unsere Zuschauer Unsere Abonnenten Die glauben an uns, Hammerhai Wir müssen dieses Spiel noch gewinnen Ja, das war kack natürlich wegen Druck Ja, super Unten ist einer Unten ist einer Unten ist einer UNTEN Sag mal, nee, du, der hätte es gar nicht schaffen können Der hat mich gar nicht gesehen Ja, dann sag mal tschüss, ne, haut rein